I think I found a way to let it go, but it's still too soon and now for sure, I give everything I am, just steal something, can't do it, please, when the pressure breaks me, when it's too hard to... Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal meine Lieblingsversionen, beziehungsweise Versionen. Denn ich habe mir mal gedacht, ja, ich zeige euch mal, was ich so ultra hart feiere an diesen Versionen. Und wundert euch nicht, warum ich jetzt alles von 1.9 bis 1.14 mache. Ich werfe das alles in den selben Topf, weil für mich im Prinzip das alles dasselbe ist. Viel Spaß! Wisst ihr Leute, wozu MLG, wenn ihr einfach fucking MLG mit einem Fisch machen könnt? Und dann, guck mal, ah, er rennt weg! Was ist das für ein Vieh, Alter? Findet ihr nicht auch, dass Kisten heutzutage überbewertet sind? Heutzutage hat man einfach einen fucking Fass. Versteht ihr? Und wisst ihr, das Gute an diesem Fass ist einfach, ihr könnt ihn zubauen, wie ihr wollt. Äh... Äh... Und er geht immer noch auf. Das nenne ich doch mal Hightech. Es gibt sogar... LOL. Okay, das ist... das ist nice. Das ist nice. Das ist cool. Ja, gefällt mir. Ja, hat was, ne? Ich weiß, ich komm jetzt zwar ein bisschen spät damit, aber... Warum gibt's ne fucking Hasensuppe? Und keine Hühnchensuppe? Also, what the fuck? Als ob ich zuhause jeden Tag Hasensuppe esse anstatt Hühnchensuppe. Wie krank ist das?! Wir sind ja noch nicht beim Highlight angelangt. Jetzt seht euch dieses kleine Vieh mal an. Es ist... fucking klein. Drei Dia-Hits. Ich brauch drei Hits mit nem fucking Dia-Schwert. Damit das Vieh stirbt. Das hält genauso viel aus wie ein Zombie. Und es war so klein. Das macht keinen Sinn. Jetzt zum Highlight der Version ist einfach, dass... Leute in der 1.8 keine Chance gegen euch haben. Seht selbst. Seht man nicht auf dem Jahr genau an ab, schlecht machen. Das Desert Elever! Wic spawnen morgen hier Wochenende Sarah rollszu. Jesus, ist einfach nur mit ihr. Tева John. Es geht darum, zu werden ins Spiel werden. D7, bald tot. ster Perfurt klappt. Okay, vielleicht ist es doch nicht so gut.